So, bei der nächsten Watt und dieses Mal spielen wir Impossible, a new reality. Und diese Watt hat jetzt keinen Karko-Watt bekommen, sondern einen Escher-Award. Also, ist ein Special-Award, sag ich mal, den es auch nur in diesem Jahr gab, meine ich. Und das Ding dieser Watt ist, dass sie sehr verwirrend sein soll, sehr kreativ, im Sinne von, dass die Architektur keinen Sinn ergeben soll und so weiter und so fort. Also halt eigentlich Dinge, die physisch, äh, ne, impossible wollte ich schon sagen. Ich meine, die Watt heißt so. Aber ja, ebenso wie als wäre es so ein Escher-Bild. Wir sehen es hier auch hinten, hier im Hintergrund gerade. Sehr schön illustriert, I guess. Ich meine, in der Doom-Engine wüsste ich auch, wie man solche Sachen theoretisch umsetzen könnte. Ähm. Keine Ahnung, es gab, ich weiß nicht mehr, ich glaube, das Secret-Level der zweiten Episode von Duke Nukem 3D hatte, glaube ich, auch sowas. Ähm. Ne, dass, dass man sich, obwohl es nicht gehen sollte, doppelt im Kreis bewegen konnte und sowas. Und ich denke mal, sowas ähnliches wird man hier wahrscheinlich auch sehen. Irgendwelche Sachen, die halt eigentlich so nicht funktionieren. Und ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, man hat bisher aber leider gelesen, dass das Gameplay nur so mittel sein soll, naja. Aber das wird schon in Ordnung sein. So, wir haben 284 Gegner, 7 Secrets. Wir sehen auf jeden Fall ein paar Custom-Textures. Sieht jetzt tatsächlich sehr Heretic-Hexen-mäßig aus, erst mal. Das Ganze. So. Aber schauen wir mal. Okay, wir haben auch keine Map. Das heißt... Orientierung wird hier so eine Sache sein. Okay, ja. Das ist einfach nur ein Todessektor. Das wollte ich wissen. Perfekt. Kein Secret oder so. Wenn man einen Sprung wagt. Dann... ...begeben wir uns mal hinab. Aha! Hehehe. So einfach entkommst du mir nicht. So, bisher ist es noch alles... ...sehr konventionell. Ich weiß nicht, wie lange das noch sein wird. Die Dinger hier öffnen sich nicht. Okay, ist hier eins dieser... Irgendwas haben wir geöffnet. Ah, jetzt sind wir wieder am Anfang. Heißt, jetzt kommen schon mal die ersten leichten Elemente... ...rein, die das Ganze, sag ich mal... ...möglich machen. Obwohl es keinen Sinn ergibt, dass wir dort wieder auftauchen. Deswegen ist wahrscheinlich auch die Map... ...ääh... ...ausgeblendet, sag ich mal. Weil... Hehehe. Ich bin mir jetzt ziemlich sicher. Es ist ja eine Z-Doom-Wat. Man würde hier mit einigen... ...ähm... ...mit einigen... ...Silent-Teleportern arbeiten. Würde ich mal vermuten. Die einen dann... ...ganz sneaky. Wahrscheinlich in diesem einen Gang, wo auch die Rüstung drin war in dem Secret. Äh... ...wann wahrscheinlich dann einer. Und der hat einen ganz sneaky an ein anderes Ende der Map wieder gebracht. Dass man wieder am Anfang rauskommen konnte. Würde ich jetzt mal vermuten. Wir sind ja... Wir sind ja klug. Pss... ...hahaha... Wir kennen ja die Tricks. Nicht wahr? Wir kennen die Tricks doch alle. Wir haben schon genügend Z-Doom-Wats gespielt. Und wissen, wie der Hase läuft. Und eine Chain Gun kriegen wir hier jetzt auch. Und das finde ich absolut sozial von der Watt. Absolut sozial. Dass man mir eine Chain Gun gibt. So. Aber das Interessante wird halt auch sein, dass wir... Ähm... Ah, guck mal hier. Mal einen Drop in ein anderes Gebiet. Wir werden uns tatsächlich auch orientieren müssen. Ähm... Sag ich mal. Ohne Map. An einer potenziell... Einen potenziell großen Level. Ich mach den hier mal kurz weg. Dann nervt der nicht. Ei. Und auch viele Saves machen. Weil hier sind sehr viele... Todesfallen. Und auf die hab ich nicht wirklich Lust. Dann... Also zumindest nicht... Nicht wirklich Lust darauf. Dann deswegen... Große Teile des Levels nochmal spielen zu dürfen. So. So. Wie sieht's eigentlich aus? Wir... Kamen ja von hier. Kommen wir ganz normal zurück. Oder ja. Okay. Mhm. So. Mal schauen. Was haben wir denn hier? Irgendwas teleportiert sich. Oh. Ah. Ah. Ja, ja. Hier haben wir dann auch ein... Definitiv ein paar Silent Teleport. Jetzt dürfen wir erstmal... Rausfinden. Wo genau jetzt eigentlich die... Gegner... Hin... Ah. Da haben wir dich doch. Sehr gemeine. Jetzt ist nur die Frage, wo er hin teleportiert. Oh. Ich, ich, ich... Ich bedanke mich. So. Von da kommen wir. Und hier möchten wir hin. Frech. Sehr schön. Jetzt können wir theoretisch nochmal... Oh. Da ist noch eine. Genau. Ich würde tatsächlich einmal nochmal hier durchgehen. Um zu gucken, dass wir auch keine Lost Souls... Vergessen haben. Aber ich würde sagen, die haben wir alle erwischt. Die können wir mal gucken. An den Fackeln kann man sich auch ein bisschen orientieren. Weil ja... Irgendwann kommt dann das Ding. Aber hier kommt dann auch die Tür. Hier gehen wir also hin. Hier haben wir einen Pfeil, der uns dahin zeigt. Aber weil ich ein kleiner Rebell bin, werde ich zuerst in die andere Richtung gehen. Ich bin so frech. Ich werde einfach nicht konform gehen mit dem, was... Was ist, was diese Map von mir möchte. Denn was kann sie tun? Außer mir den Weg versperren. Was tatsächlich ziemlich viel ist. Oh. Oho. Ohohoho. Okay. Ja. Ich merke schon. Ist das permanent? Nee. Das heißt, irgendwas... Hat sich hier geöffnet. Und wir müssen jetzt... Wir müssen jetzt raus. Hinten war es. Oh, guck mal. Da oben ist eine Kerze. Ob das mir irgendwas bringt. Ich weiß es nicht. Oh. Also ich nehme mal schwer an, dass wir alle diese... Diese, sag ich mal, Löwenschalter betätigen müssen. Und, ähm... Dann halt... Damit irgendwas öffnen. Okay, ja, ich... Das müsste eigentlich echt weit weg sein, weil ich... Höre... Da nichts. Naja. Irgendwo in der Nähe. Glaub ich. Das klang relativ nah. Aber dadurch, dass so viele Türen immer... Aufgehen. Also das hier hatten wir ja schon, oder? Das hier war der hier, genau. Na, die bleiben relativ lange. Das ist auch ziemlich weit weg. Man hört es nicht. Das ist frech. Und das ist tatsächlich frech. Ah. Okay. Ja, das jetzt hier zu quer machen, ist, glaube ich, nicht gut. Deswegen würde ich, äh... Das einfach... Na, ich gehe rechts, links, rechts, links, rechts, links... Und versuche, die Türen nacheinander... Dann zu lösen. Weil ich denke mal, wir werden wahrscheinlich alle betätigen müssen. Okay, das klang auch... So, als müsste es weiter weg sein. Deswegen... Schauen wir mal. Also hier schon mal nicht. Und jetzt sind wir wahrscheinlich auch schon wieder zu langsam gewesen, oder? Ja. So lange bleibt es dann auch nicht. Ah. Hier haben wir es. Perfekt. So, dann. Das klang, als wäre es in der Nähe. Ja. So, das heißt, wir haben die beiden fertig. Wir gehen auf Nummer 3. Das war auch nicht weit weg, ja. Und jetzt Nummer 3 auf der Seite. Wir warten mal, bis die Türen zugehen. Oh, das klang auch... Na ja, dran, oder? Aber ich glaube, sogar auf der anderen Seite. Ich glaube, das war irgendwo hier auf der anderen Seite. Ja. So. Heißt. Die dritte haben wir auch. Die vierte Tür. Okay. Jetzt habe ich gar nichts gehört. Da warte ich kurz, bis es sich resettet hat. Okay, doch auf der anderen Seite. Irgendwo. Es war leicht hörbar. Aber ich kann nicht genau sagen, wo. Ich glaube, inzwischen ist auch wieder zu. Ja. So, perfekt. Nummer 4 auf der rechten Seite haben wir. Dann nehmen wir jetzt Nummer 4 auf der linken Seite. Okay. Irgendwas hier auf der Seite. Schon mal nicht gefunden. Da. Perfekt. Das... Das geht ganz schön lang. Ich hoffe, ich mache das hier überhaupt richtig, ne. Ich nehme einfach nur mal schwer an, dass wir hier alles einmal machen müssen. Ich weiß nicht, ob das noch weiter geht. Oh, guck mal. Warte mal. Wir haben hier sogar... Wir haben hier sogar Nummern. Ha. Waren die immer schon da oder kamen die jetzt? Die sind mir davor noch gar nicht aufgefallen. Weil nicht, dass wir dann hier auch noch irgendwie ein Zahlenrätsel mit dabei haben. Theoretisch möglich. Und dass ich hier jetzt gerade nur meine Zeit verschwende. Na ja. Ich erwarte eh, dass das Ganze hier ganz schön lange gehen wird. Weil wenn das auch noch verwirrend sein soll, ne. Okay. Ich habe jetzt blöderweise echt gar nichts gehört. Vielleicht war zu viel. Ah. Okay. 5 und 7. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt hier auf die 5. auf der anderen Seite irgendwas. Okay. Wahrscheinlich dann irgendwo weiter oben. Perfekt. So, dann jetzt alles zu. Wunderbar. Ich habe gar nichts gehört. Dann muss es eigentlich fast schon irgendwo hier sein. Ja. Ey, frech. Okay, die 3. So. Okay. Wir haben die 6er Reihe. Ne, Quatsch. Ich habe die rechte Seite 6 gerade gemacht. Jetzt heißt die Seite kommt dran. Okay. Irgendwas hier auf der Seite. Ich habe mir jetzt leider nicht gemerkt. Äh. Ja. Die 8. Wunderbar. So. Dann kommt jetzt die 7. Ich habe gar nichts gehört. Schauen wir mal. Okay. Okay. Okay, das war glaube ich sogar hier irgendwo. Ja. Die 1. Die 7 auf der linken Seite. Das klang hier in der Nähe. Das war nicht weit weg. Okay. Das klang sehr weit weg. Also, in dem es eben nicht klang. Okay, warte. Das war hier irgendwo, oder? Ah. Hinter der 3. Oder hinter der 2. Hinter der 3 oder hinter der 2 hier. Ja. Perfekt. Ich frage mich halt, ob die Schalter auch noch irgendwas öffnen. Und dass man einfach nur irgendeine Art Kombination machen muss. So. Das klang auch weit weg. Ja, das war doch hier irgendwas. Ja. 5 oder 4. Ja. Okay. Jetzt haben wir alles einmal gemacht. Und es hat mir gar nichts gebracht. Ha. Okay. Das macht das Ganze jetzt deutlich schwieriger. So. Warte mal. Und jetzt gehen wir mal hier hin. Aha. Da hatten sich sehr lange noch Sachen geschlossen. Hä? Ich muss zugeben, ich verstehe es gerade überhaupt nicht, ne? Also, wenn ich das hier öffne... Dann öffnet doch... Da öffnet sich doch was. Aha. Aha. Oh Gott. Das heißt, ich muss... 1, 1... Das war 4. Und dann irgendwas hier. Oh Gott. Okay. Das wird... Das wird schwer. Ne. Das war nicht 4. Das war die 3. Und das war dann irgendwas... Hier wahrscheinlich. Okay. Oh Gott. Also, wir haben 1, 1... 1, 1, 3... 7... Und dann weiter. 1, 2, 3... 7... 7... 8... 8... Okay. Irgendwas hier. Ja. So, eins, eins, drei, sieben, acht, okay, die drei kann es eigentlich nicht sein, eins, wir müssen hier quasi alle einmal durch machen. Eieiei, das wird richtig schwer, okay, eins, eins, drei, sieben, acht, so, das kann es schon mal nicht sein, ah ne warte, es war ja dann eins, genau, stimmt, das habe ich ja schon wieder voll vergessen, ey. Oh, warte mal, dann vier. Ich meine, wenigstens sind die beiden Einser dann schon weg, das heißt, wir können die schon mal ausschließen dann, wenn das mal, wenn man so weit dann ist. So, sieben, acht, andere eins, eins, vier. Es ist auf jeden Fall echt, echt, echt brutal, echt brutal. So, also, eins, drei, sieben, acht, eins, vier. So, das war hier in der Nähe, das kann es nicht sein. Warte mal, die eins wieder, hä? Okay, warte, dann ist es ja, what? What? Wir müssen diese Eins nochmal aktivieren. Ich glaube, ich mache irgendwas komplett falsch. Ich glaube, ich mache irgendwas ganz gewaltig falsch. Vielleicht haben wir noch, vielleicht fehlt uns auch was, muss ich einfach eine gewisse Zahlenkombination erstmal herauskriegen. Jetzt habe ich da zehn Minuten oder so bestimmt verbracht, oder? Ja, frech, aber ich werde doch erstmal dem Pfeil folgen, glaube ich. Vielleicht müssen wir erstmal noch irgendeine Zahlenkombination rauskriegen, die wir noch nicht haben. Und, oh cool, nice. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall interessant, ne, das Ganze so. Okay, das ist kein Silent TP, der mich irgendwo hinbringt. Hier war einer, das hat man direkt gemerkt. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen was abballern, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, mir fehlt noch Info. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da einfach irgendwie, dass man da einfach irgendwie immer und immer wieder entlangrennen muss, weil das loopt ja. Das würde ja loopen. Weil wenn ich dann wieder zu der 1-1 zurückgehe, müsste ich ja rein theoretisch wieder weitermachen mit der, mit der Zahl, die dann danach käme. Ich glaube, die 3 war es auf der einen Seite dann. Und das würde sich ja dann theoretisch unendlich weiterziehen. Heißt, das ergibt erstmal keinen Sinn, weil irgendwas beschießt mich, auch da ist ein Shotgun da. Das ergibt auf jeden Fall erstmal keinen Sinn. Aua. Wir werden irgendwo mal Ausschau halten müssen, ob irgendwo irgendwie mir irgendeine Zahl präsentiert wird. So, die hätte ich natürlich gerne, aber ich glaube, die kriege ich nicht so einfach. Das ist in Ordnung. Das ist vollständig in Ordnung. Fürs Erste. Aber ich werde wiederkommen und die mir holen irgendwann. Okay. Ja. Das war definitiv wieder ein Silent TP. Ah. Was war dies denn? Aber ja, die Invisible Gegner. Kein Problem an der Stelle. Einfach warten, bis sie schießen. So viele können es auch nicht sein. Ja, dachte ich es mir doch, dass der hier sein muss, weil das, äh, weil die Chaingun hat der nach oben geauto-aimt. So. Waren das alle? Nee. Nee. Ich höre noch Imps. Wir haben schon gut aufgeräumt. Tatsächlich. Hier haben wir auch sowas. Okay, ich dachte gerade irgendwie, die würden nicht zum Kill-Counter zählen, aber doch. Doch, 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 doch. So, was machen wir in diesem Raum? Wir haben diese ganzen Imp-Türme, sag ich mal. Na, guck mal, hier ist doch was. Aber das ist nicht permanent. Ist es Pseudo-Perma? Ja. Heißt, ich muss nur suchen, was es gemacht hat. Super. Dann finden wir das mal raus. Oh, es ist so gemein, nicht auf die Map gucken zu können. Die hilft mir normalerweise so sehr. Hm. Allzu groß ist das Gebiet hier auch nicht. Könnten maximal gucken, wenn ich jetzt hier links herum gehe, komme ich immer wieder hier raus. Ja. Oh. The fuck? Hätte ich da jetzt drauf gemusst? Ah, okay. Ich nehme mal schwer an, dass das... Ja. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. No problem. Wir machen es uns sehr einfach, denke ich. Schön, die Hitscanner immer ausschalten. Den Rest sich ein bisschen selber battlen lassen, dass die ein bisschen abgelenkt sind. Und mich, wenn ich mich dann um den Rest kümmer und so. Ganz Standard. So, wie es schon zu 100% in meinem kompletten System internalisiert ist. Ganz run of the mill. Wie es in meine DNA schon eingeprägt ist oder so ähnlich. Weil das ist wahrscheinlich so viel Dumm, wie ich gespielt habe, wahrscheinlich schon passiert ist. Na ja. Habe ich kein Problem mit. Habe ich absolut kein Problem mit. Das ist tatsächlich sogar... Das ist tatsächlich sogar cool. Das ist richtig Metal. Ich habe Doom in meiner DNA. Yeah. Absolut super. Oder nicht? So. Großes Battle nehme ich mal schwer an. Oder auch nicht. Ah doch. Da kommen sie doch. Ha. Könnten Infighting möglicherweise provozieren. Karkos müssen nun mal netterweise ein bisschen weiter nach unten kommen. Ich glaube die haben darauf keine Lust. So. Nein. Sehr schön. Na der Karko wird wahrscheinlich nicht... Oh jetzt. Ah. Guck mal. Das... Ist doch etwas... Was mir weiterhilft. Das sehe ich doch direkt und freue mich. Das lässt mein Herz höher schlagen. Die Kombination für den Raum. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage. Ich nehme mal schwer an. Von oben nach unten haben wir... Links, rechts, links. Ganz einfach. 6, 8, 2. Das merken wir uns. 6, 8, 2. Kann man sich denke ich ganz gut merken. Und links, rechts, links ist auch absolut machbar. Der Imp ist aber richtig gestorben ey. Sehr schön. War hier nicht noch? Genau. Nehme ich mir auch mit. Einfach nur weil... Ich denke Munition wird hier erstmal nicht... Oder wird hier erstmal kein Faktor werden. So wir müssen hier wieder lang. 6, 8, 2. Haben wir uns gemerkt. Oh. Kein Problem. Schön die Hitscanner raus. Holen hier. Theoretisch auch ein bisschen mit der Chaingun abfertigen. So. Wir sind glaube ich hier... Oh. Irgendwas hat sich geöffnet. Hier wahrscheinlich. Okay. Ha. Aber was bringt mir das, dass ich hier hoch kann? Was bringt mir das? Oder muss ich da unten was öffnen? Hä? Muss ich hier was anschießen? Nee. Hä? Okay. Hat das noch irgendwas anderes geöffnet? Also. Ist wieder so ein... Nee. Geht ja gar nicht. Hier trete ich ja gar nicht über eine Linie. Muss ich hier hin? Hä? Ach come on. Und es kann doch nicht sein, dass ich das Secret jetzt gefunden hab. Aber auch nicht. Das... Ich mein. Was kann ich denn da oben noch groß machen? Ich kann... So. Ich kann halt Sachen anschießen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht was. Muss ich hier draußen irgendwas anschießen? Mal gucken mal. Ein bisschen HP. Das freut mich doch super. So. Wir haben hier nichts mehr zum Anschießen. Die Pfosten. Die Pfosten. Und ansonsten kann ich halt maximal zu... Ne. Ich kann ja nicht mal zu dem Pfosten springen. Ich kann da einspringen, was mir gar nichts bringt. Was soll es mir auch bringen? Und es ist das einzige, was sich... Oder lowert. Die anderen nicht. Ne. Es ist nur das hier. Und ich hab keine Ahnung warum. Was passiert denn eigentlich, wenn ich hier runter droppe? Aha. Ne. Ah. Okay. I see. Ich weiß, wo mein Fehler im Denken war. Ich hab... Noch vergessen. Oder naja. Ich hab einfach nur eine Sache noch nicht gemacht. Die hier essentiell ist, um das Secret komplett zu kriegen. Dann nehm ich mal schwer an. Kann ich jetzt da drin irgendwas machen? Tatsächlich. Mein bisschen HP und das dritte von den sieben Secrets. Nehm ich doch gerne an. Auch wenn ich die HP absolut nicht brauche gerade. Bin ich doch trotzdem froh, da wie bei es gefunden zu haben. Yippie. Ah. Fisch. Wow ey. So. Nochmal hier durch. Nochmal hier durch. Sehr schön. Wir müssen links anfangen mit der 6. Acht. Zwei. Genau. Genau. Zum Glück haben wir die Berserk. Die ist hier an der Stelle halt tatsächlich nützlich. Oh, nice. Der hat sogar den Kill bekommen. So. Mhm. Ich höre die Arachneutrons. Wunderbar. Oha. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Kommt mir das bekannt vor? Ich würde sagen nein. Ah. I see. Wir kommen hier wahrscheinlich immer wieder an derselben Stelle raus. Lass mich raten. Ah ne. Never mind. Der hier loopt unendlich. Das heißt wir müssen unten lang. Der Klassiker. Und jetzt kommen wir woanders raus. Oder nee. Sogar gleich. Aber es hat sich was geändert. Ein weiterer Klassiker. Au. So. Der Shotguner muss mal ganz kurz einen Verrecker machen. So einen Verrecker-Move. Aua. Okay. Jetzt wird es hier doch ein bisschen voller als... als... angedacht. Das ist schön. Perfekt. Zack. Schnappen wir uns das hier schon mal. Na. Das ruhig sterben, Hell Knight. Perfekt. Und... das bringt mir noch nicht so viel. Das reicht noch nicht. Das reicht noch nicht. Ah. Guck mal hier. Ja. Na also. Wow. Viel ausgehalten. Der arme Karko, ey. Da einfach von der Tür nach unten gedrückt. Okay. Aha. Hier wurden... auf eine andere Seite der Map manövriert. Auf jeden Fall gutes Chain-Gun-Futter hier. Außer dich. Dich nehme ich da mit aufs Korn. Ich glaube, wir können sogar rüberspringen, oder? Ja. Also null Problemo an der Stelle. Okay. Okay. Ist doch alles ganz super. Oje. Das ist auch ein Revenant. Ja, wäre super. Und euch habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Wait, 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 what? Wie flog die denn? So, aber eine ziemlich... ...starke Minute hier, ey. Na ja. Ist wie es ist. Muss ich mir zurechtkommen. Au. 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 Sehr schön. Jetzt geht es uns gar nicht mal mehr so gut. Eigentlich. Aber... Ich habe die Idee. Zum einen hole ich mir natürlich das hier alles. Aber... Wir haben doch dieses schöne Secret gefunden. Also darf sich dieses Secret jetzt auch tatsächlich nützlich machen für uns. Das ist... Gut. Das ist sehr gut für uns. So. Was geht denn hier noch? Aha. Wir kommen nach oben zur Roten. Und nach oben wahrscheinlich hier wieder zurück. Genau. Und wo kommen wir nach unten hin? Auch zur Roten. Okay, also... Tatsächlich ziemlich Standard. Nichts zu krasses. Dann schauen wir mal hier. Hier war die Blaue. Was war denn hier unten noch? Okay, wir kommen hier einfach nur immer wieder da raus. Oh. Das ist jetzt natürlich interessant. Die blaue Tür möchte gar nicht so wirklich... Die möchte gar nicht so wirklich. Müssen wir hier vielleicht irgendwas... Machen? Warte mal. Kommen wir hier eigentlich wieder zurück? Ja, irgendwann. Das heißt... Ha. Das heißt, das ist jetzt vielleicht sogar tatsächlich... Tatsächlich... Jetzt muss ich mal gucken. Ändert sich hier irgendwas? So, doch. Ja, hier ist der Silent TP. Da spüre ich ihn zumindest, dass... Dass er da ist. Okay. Aber ich kann die Tür hier nicht öffnen. Wenn ich hier wieder hochgehe... Braucht es auf jeden Fall ein paar Loops. Bis ich hier bin. Das heißt... Der Raum ist physisch stark. Das heißt... Eins. Zwei. Drei existieren wirklich. Und ab hier ist es... Mit Silent TP. Und eins. Zwei. Nee, der existiert zweimal physisch. Heißt, egal wie oft ich runtergehe... Ich muss immer zweimal wieder hoch. Also zweimal durch den Raum quasi. Das muss ich jetzt mal ganz kurz kontrollieren. Ich gehe mal ganz, ganz oft... Ich will das einfach nur kurz schnell wissen, ne? Ich gehe jetzt einfach ein paar Mal. Das war jetzt auf jeden Fall... Mehr als genug. So. Eins. Zwei. Wieder oben. Ja. Das ändert sich nicht. Dann haben wir das schon mal. Hier war nur der Raum mit der roten. Alles easy. Was mache ich jetzt mit der blauen Karte? Was mache ich jetzt mit der blauen Karte? Das weiß ich nicht, weil die blaue Karte öffnet nicht die blaue Tür. Und das ist frech. Weil das stand so nicht im Vertrag. Jetzt kann ich nur mal nochmal hier ein bisschen rumgehen, ob es irgendwo noch mal was Blaues gab. Da bin ich mir nämlich gerade gar nicht sicher. Bin ich mir, wenn ich ehrlich sein soll, nicht sicher gerade. Wenn ich offen und ehrlich sein soll... ...weiß ich das gerade nicht. Oh, guck mal. Das hier existierte ja auch noch. Hm. Boah, ich wette. Das hier bringt einen ja weiter. Ich möchte mal was probieren. So. Wenn wir hier lang gehen, kommen wir ja in den nächsten Bereich. Wenn wir jetzt hier wieder zurück gehen, was passiert dann? Okay, nee. Wir lupen nicht irgendwo anders hin. Jetzt würde ich diese Pfosten mal gerne kontrollieren. Mich würde es nämlich nicht wundern, wenn man die andere Seite auch lowern kann. Und dann würde man da rauskommen. Das würde mich nicht wundern. Aber ist nur eine Mutmaßung, muss nicht sein. Ist aber was, was man theoretisch machen könnte. Theoretisch. Praktisch macht man es vielleicht gar nicht. Die Pfosten hier in der Mitte sind auch alle gleich. Na gut. Was mache ich mit der blauen Karte? Die blaue Tür ist erstmal ein Reinfall. Haben wir also vielleicht irgendwo einen blauen Schalter für die Tür? Das müssen wir rausfinden. Also viele Gegner haben wir auch nicht mehr. Aber auch nicht allzu wenige. Wir werden auf jeden Fall auch noch eine rote Karte brauchen. Und irgendwo bekommen. Hinter der blauen wahrscheinlich. So. Da kommen wir dann auch in den nächsten Bereich. Wenn ich hier zurück gehen würde. Alles ganz klar geregelt. Okay. Und hier war auch nichts weiter. Das war nur dieser Außenbereich, den wir schon woanders gesehen hatten. Keine... Keine blaue... Keine blaue Tür, keine andere. Oder irgendein blauer Schalter. Sondern einfach nur... Einfach nur... Ganz normale Level Progression. So. Das hier war der Anfang. Was ist denn nochmal in diesem ersten Bereich gewesen? Was ist denn nochmal hier drin gewesen? Vielleicht erkenne ich da ja noch irgendwo irgendwas. Man weiß es nie. Man weiß es nie. Aber na. Mal zu viel war hier nicht. Da kommt man nur hierhin wieder zurück. Und ab hier geht es dann... Hier weiter. Keine... Kein blauer Schalter. Und dann kommt man hier wieder. Hier wieder hin. Ha! Und hier hatten wir denke ich mal auch nichts blaues, oder? Da hinten drin. Das war ja nur der Raum mit... Ah, da kommen wir nicht mal zurück. Das war ja nur der Raum mit dem Rätsel. Mit der 682 Kombi. Wo ich irgendwie 10 Minuten... Irgendwelchen Schaltern hinterhergejagt bin. Und das halt einfach noch gar nicht lösen konnte. Naja. Hä? Why? Wieso geht das jetzt? Wieso geht das jetzt? Warte mal. Oder habe ich den ersten nie probiert? Weil ich... Habe ich den ersten nie probiert? Habe ich es wirklich hinbekommen, den ersten nie zu probieren? Okay. Hier werden wir auch direkt... Ah, wir haben zwei verschiedene ISC. So, dann gucken wir mal. Wo sind wir hier? Kein Schalter. Da kommt doch bestimmt was raus. Hm. Aber wahrscheinlich müssen wir hier erst noch was machen. Kann ich das hier anschießen? Tatsächlich. Na gut. Aber das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. Fürs Erste. Schauen wir mal hier weiter. Oh. Ich bin mal so frei. Ei. Ja komm. Aua. Hier regelt das jetzt erstmal ein bisschen für mich. Na also. No problem. Und jetzt werden die halt einfach gnadenlos weggeballert. Was wollen sie tun? Und ich hatte mich schon gewundert, dass da so viel Munition lag, weil ich mir gedacht habe, so viel braucht ein Mastermind jetzt auch nicht. Aha. Geht direkt weiter. Geht direkt weiter. Aua. Aua. Das ist nicht gut. Naja. Kann jetzt auch nichts dran ändern. Wutig halt erwischt und das Böse. Oh. Wutig. Double Kill. sehr schön so zack zack ich höre schon den art schweil ich höre schon den art schweil ich merke schon so dass hier hatten wir aktiviert und das hier könnte sein dass wir jetzt in den anderen raum müssen nah hallo ja hier geht es direkt weiter aua frisch mehr schön Jetzt müssen wir uns halt gleich noch mal Munition holen. Zack, 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 zack. Perfekt. Na gut, hier haben wir auch noch mal große Boxen. Merken wir uns. Yo. Das ist okay. Ich denke mal, hier ist Geschwindigkeit angesagt. Ach lol, okay. Ja, nicht schlecht. Oh. Sehr schön. Kein Problem. Ich bin mal so frei kurz und hole mir noch mal Munition. Oh, falsche Richtung. Denn irgendwie glaube ich, brauche ich die. Ich glaube, die könnte ich gebrauchen. Ja, komm. Werden wir hier noch mal durch? Geht gar nicht. Oh, cool. Ja, dann gehen wir da nicht noch mal durch. Oh, wie schade. Ich kann nicht noch mal zu den Cyberdemons. Na dann. Gehen wir mal zu Routen. Ah, hier ist der Silent TP irgendwo. Wo? So. Secrets haben wir jetzt lange keine mehr gefunden. Leider, leider. Ist, wie es ist. Okay. Ein großer, böser Turm, der... ...bisher noch nicht allzu viel zu bieten hat. Aha. Ja gut. Wir werden mal anfangen. Wir werden mal anfangen. Wir haben Barons dabei. Also werden die eh... ...vermutlich einen großen Teil... ...für uns erledigen. Na also, einen haben wir schon mal... ...auf einen Revenant angesetzt. Ja, na also. Sehr schön. Sehr schön. Das war's. Oh je, oh je, dann sind wir mal gespannt. So. Au. Au. Okay, der war noch full live. Einer von denen müsste schon gedamaged sein. Naja. Offenbar nicht, aber passt. Wir haben jetzt verschiedene Wege. Okay. Der, der nach unten zeigt, kann man ja trotzdem benutzen. Die Pfeile. Also halt die Map auf, ne. Okay, das loopt hier so. Dann geht man da einfach vermutlich zurück. Genau. Was haben wir hier Schönes? Das gleiche, aber mit einer anderen Fackelfarbe, glaube ich. Und da loopt man auch immer mal wieder. Hier haben wir grüne Fackeln. Ah, hier waren die Kerzen. Aha. Na gut. Au. Frech. Die Imps blocken. Na gut, das ist natürlich ein bisschen frech. Aber wir können auch theoretisch einfach hier... Au. Ja, das wird jetzt so nicht einfach. Weil die Imps sind tatsächlich... Frech, dass sie, äh... So... Gemein blocken. Aber hier sind ja eigentlich sogar noch ganz praktische. Oh, guck mal. Hier würde man sogar regulär den Rocket Launcher kriegen. Also... Na... Na, also... Hm, leider noch zu sehr fokussiert auf die Imps, der Baron. Na, fuck. Fuck. Frisch. Really? Da hat nämlich eine Rakete bis dahin verfolgt. Die Imps nerven am meisten hier gerade tatsächlich. Das unterschätzt man, aber es sind tatsächlich die Imps, die hier den meisten Stress verursachen. Weil die die ganze Zeit dafür sorgen, dass die Barons nicht die Revenants infighten, sondern lieber Imps. So, jetzt. Ja, perfekt. Sehr schön. Okay. 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 Ja, ich höre dich, Cyberdemon. Na gut. Hier werden wir auch erst mit der gelben wieder rauskommen. Ein Spiegel-Labyrinth. Ein Spiegel-Labyrinth. Oh Gott. Möglicherweise nicht nur ein Spiegel-Labyrinth. Möglicherweise ist da noch was anderes. Möglicherweise ist da noch was anderes. Ja, 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 ja. Guten Tag. Ich werde dich erst mal mit der Schrotflinte bearbeiten, bevor ich... Ich werde dich erst mal mit der Schrotflinte bearbeiten, dass er mich da erwischt. Boah. Fuck. Okay. Hätte ich nicht mitgerechnet, dass er denn, äh... Dass er den Schuss so... So absetzen könnte, dass er mich da erwischt. Shit. Könnte also schwieriger werden, als man annehmen möchte. Das heißt, den darf ich jetzt auch immer wieder suchen. Frech. Frech, aber witzig. Cyberdemon, wo bist du hin? Ey, ey, ey. Mal ein Save. Zur Sicherheit. Fuck. Der Gang ist vielleicht ein bisschen zu eng mit In-Fighting und allem. Ja, In-Fighting, weil wir jetzt Flash Damage. So, komm, gönnen wir uns hier auch einfach mal ein bisschen Rocket Damage für ihn. Auch wenn es natürlich nicht so viel ist. Wir haben viele Rockets, also... Let's go an der Stelle. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns, wenn es geht, noch schön mit Rockets eindecken. Wir haben sogar die, äh... Karte bekommen. Ich weiß gar nicht, von wo. Das Labyrinth ist auf jeden Fall üppiger, als man vermuten würde. Mit deutlich verzweigteren Gängen, als man vermuten würde. Hier ist die Leiche wieder. Das muss ich erst mal wieder rausfinden. Also hier haben wir zwei Spiegel. Hier haben wir einen Spiegel. Ich hab keine Ahnung, wo die Tür ist. Das ist das Problem. Hier ist die Leiche. Vor allem dadurch, dass hier auch eine Menge Silent TPs, glaube ich, sind, ist es gar nicht so eindeutig. Also wenn man die ganze Zeit nur nach, ich sag mal, außen läuft oder halt außen rumläuft, gegen den Uhrzeigersinn, kommt man irgendwann da wieder raus. Wie ist das, wenn man so rumläuft? Passiert das Gleiche dann? Okay, also das sind schon Loops, die auch rückwärts gleich rum funktionieren wie vorwärts. Ja, jetzt komme ich wieder bei den zwei Fenstern raus. Das heißt, ich muss irgendwo in der Mitte die Tür wahrscheinlich finden. Das wird ein Unterfangen. Ein wahrlich, wahrlich interessantes. Ah, guck mal. Ei, 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 ei. Das war der letzte Kill. Ist das hier das Exit? Ja. Das könnte sogar so sein. Hi, ja. Okay, cool. Dann suche ich mal noch die letzten verbleibenden Secrets. Okay, die fehlenden Secrets. Wir fangen mal an. Ich gehe nochmal hier von diesem Punkt aus los, weil wir haben ja keine Map, wir müssen uns ein bisschen orientieren an etwas, ne? So. Wir fangen erst einmal hier an, in dem Raum. Ich denke mal, man erinnert sich. Wir springen einmal hier noch runter. Kommen dann, zack, hier raus. Können hier rüber rennen. Das geht natürlich auch, erst wenn die Kakos frei sind. Und kriegen hier sogar einen Rucksack. Wäre tatsächlich gar nicht mal so unpraktisch gewesen. Naja. So, wir gehen nochmal hier durch. In diesem Raum hier. Fegen wir hier. Eine blaue Rüstung. Und dann gehen wir noch einmal hier entlang. Das ist ja eh ein bisschen länger gewesen hier alles. Aber kein Problem. Gehen hier einfach nochmal entlang. Hier nochmal durch. Wenn ich das jetzt noch richtig drin habe. Ne, warte. Quatsch, Quatsch. Oje, hoffentlich habe ich mich jetzt nicht verirrt. Also, hier auf jeden Fall nochmal. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Eine von diesen Dingern. Genau. Genau. Zack. Führt uns dann hier hin zur... Zu Souls 4. Dann weiter, weiter, weiter. So. Hier nochmal durch, überall. Wie kann man denn hier nochmal weiter und wieder zurück? Ist schon so lange her, Achter. Genau. Müssen wir nochmal hier durch. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie man in diesen einen Raum kommt. Wie frech. War der hinter der blauen? Gibt eigentlich keinen Sinn. War der hinter der roten sogar? Das war ein etwas späterer Raum. Äh. Nee, hier gibt auch keinen Sinn. Bin mir gerade gar nicht sicher, ob man da überhaupt nochmal auf konventionelle Weise hinkommt. Oder ob man sich da hincheaten muss sogar. Das könnte sogar sein. könnte sogar sein, dass das ein Einmalzugang war. Da wo man die... Da wo man die... Ja, das war nämlich hinter dem Raum irgendwas. Also hinter dem Puzzle-Raum, sag ich mal. Und da bin ich mir gerade gar nicht sicher, ob man das vielleicht gar nicht nochmal machen kann, konventionell. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, weil hier ist... Hier ist zu. Ja, ja. Und ich glaube... Genau hier. Hier. Rennt man einmal hier runter. Zack, zack, zack. Und kriegt hier eine Megasphäre. Genau. Und dann kommt man hier wieder raus und kann hier dann hoch. Aber ich... Ja, das ist ein Sektor, wo man... Äh, ein Sektor, ein Bereich, wo man gar nicht wiederkehren kann. Da kann man nicht nochmal hin. Glaube ich. Ja, hier stimmt. Hier kann man auch nicht nochmal durch, wenn man von... Wenn man von der Seite wieder zurückgehen möchte. Ne? Das hier ist eine Tür, die sich nur von einer Seite öffnet. Okay, das heißt, da muss man sich hincheaten sogar. Ei, ei, ei. Na, das ist ein kompliziertes Level. Was soll man machen? Hilft natürlich nicht, dass die Map fehlt. Ähm... Das... Also, fehlt. Fehlt ja nicht. Sie ist absichtlich ausgeblendet. Aus Gameplay-Gründen. Das weiß ich gar nicht, ob man überhaupt nochmal zum Exit kommen kann, auf normale Weise. Ich glaube nicht mal, oder? Ich glaube nicht mal. Gott, das wird jetzt richtig witzig. Wir müssen uns jetzt also... Wir müssen uns jetzt it-clippen. Ähm... Und irgendwie... So, komm, schön von außerhalb. Würde ich gerne gucken. Das hier ist der... So, hier, da können wir uns mal ein bisschen umsehen. Ich weiß, das war in der Nähe vom Anfangsbereich. Immerhin. Das weiß ich zumindest. Ne, nicht hier. Ah, hier. Genau. Ja. Das hat mir ein bisschen Glück gehabt. Sucks. Selber. Aber hey. Das war doch ein echt, echt amüsantes Level. Das hat mir sehr Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine ordentliche Portion... Na... Ich würde nicht sagen Mindfuck, aber ich sag mal witzige Spielereien mit... mit Silent-TPs dabei. So... Das Problem ist... Ich bin halt leider doch jemand, der sich ein bisschen... ein bisschen zu viel dann für sowas hinter den Kulissen auskennt, um... um auf solche noch etwas simpleren Tricks reinzufallen. Also ich glaube schon, dass solche Mindfuck-Levels, ähm... dass solche Sachen noch gut umgesetzt werden können. Auch für Leute, die sich gut auskennen. Aber ich glaube, das braucht dann ein bisschen... bisschen... mehr... modernere Ansätze, glaube ich. Weil das ist halt so... Silent-TPs, ne? Die existieren ziemlich lange. Die existierten schon in Duke Nukem 3D. Man kennt sie halt schon. Heißt, das ist auf jeden Fall eine nette Idee. Auch generell, ne? Das soll jetzt nicht despektierlich gemeint sein. Es ist jetzt... im Jahre 2024, wo ich das gerade aufnehme, nichts mehr, was mich überraschen kann. Sag ich mal so. Oder allzu sehr verwirren kann. So, es ist natürlich ein bisschen... Man braucht ein bisschen länger, um die Orientierung zu finden. Aber für gewöhnlich hat man halt relativ schnell raus... Ah, okay. Das bringt mich da hin. Das bringt mich da hin. Und da... So komme ich wieder zurück. Und... Ne? Man... Man weiß, wie es funktioniert. Und das entzaubert es halt einfach... schon... sehr stark. Weil eben doch alles... Und... Das war mir eigentlich... schon klar, als ich die Beschreibung gelesen habe. Äh... So, da war mir eigentlich schon klar, okay, das wird... Da wird sehr, sehr viel mit Silent-TPs gearbeitet werden. Das... Ne? Und ich sollte recht behalten. Und ja. Aber trotzdem... Wie gesagt, das ist jetzt nicht respektierlich. Es ist nur, um es ein bisschen einzuordnen. Warum ich jetzt, äh... Die ganze Zeit auch so... Ja, nennen wir es mal kühl... Darüber gesprochen habe, was da halt einfach passiert. So, ich... Ich weiß halt einfach ein bisschen zu viel darüber, wie Doom-Mapping funktioniert für sowas. Und... Trotzdem, äh... Ähm... Hatte ich definitiv Spaß mit der Map. So, die Architektur hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Die Rätsel dort zu lösen hat sehr viel Spaß gemacht. So... Und ich fand jetzt auch das Gameplay, also das wurde eigentlich sogar, nennen wir es mal schlecht geredet. Aber das fand ich jetzt überhaupt nicht so... Es war jetzt nichts... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich, wenn man diese Art von Architektur hat, die doch ein bisschen durchdachter nochmal ist, insgesamt, erwartet man dann vielleicht auch die durchdachtesten Encounters. Die waren jetzt eher, sag ich mal, nennen wir es mal Standardkost, aber halt auch nicht schlechte Standardkost, sondern wirklich gut. so, das war voll okay. Das war absolut okay, das Gameplay. Weiß ich nicht, warum man das in der Beschreibung schlecht geredet hatte. Ich fand's nicht schlecht. So, die Kämpfe waren cool. Klar, nicht immer das allerbesonderste oder so, aber cool. Und hier und da auch echt paar Challenging-Stellen dabei. Also, deswegen bin ich echt sehr, sehr zufrieden mit der Watt und ja, ich hatte meinen Spaß. Definitiv. Ich hatte definitiv meinen Spaß. Gut, hat jetzt auf jeden Fall lang genug gedauert, das Ganze. Würde ich mal sagen, sieht man sich bei der nächsten Watt wieder. Bis dann. Ciao.